Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Let's Play Transport Fever hier mit dem Cedric Gelsos vom südlisemarändischen Fernseher meine lieben Freunde und wir haben in den letzten Folgen den Überregionalzug erstellt und haben auch hier ein bisschen geteraformt, ganz viele Gleise hinzugefügt und herausgefunden, dass das terraformtool geil geworden ist, nämlich bombastisch cool. Ich habe das in meiner anderen Map gleich mal ausprobiert und musste feststellen, dass an manchen Stellen das ganz schön ungünstig ist. Aber nicht desto trotz wollen wir hier weitermachen und zwar habe ich mir überlegt, guck mal diesen Berg hier, die ist ja so ein bisschen Wald und wenn ich hier reinzoome, da haben die das jetzt etwas grüner gestaltet. Früher war das ein bisschen bräunlicher und weil es ja auch nicht so viel kostet, meines Erachtens nach, kann man das Tool ja auch mal benutzen, um hier ein bisschen Fichtenwald hier oben hinzusetzen. Und das geht mit Null sozusagen. Wenn man das ganz oft hier so macht, kann man da schöne Wälder auch schaffen mit. Und das ist jetzt unsere Aufgabe für diesen Berg. Können wir später mal als Ausflugsziel nehmen. Oder mal eine Rodelpiste hier hinmachen, weil der Hang würde sich ja schon perfekter lohnen dafür. Ja, das können wir ja direkt mal machen. Und hier am Rand und hier ist dann unsere Rodelpiste für den Winter. Dann geht ihr dann hier so hoch und dann hier oben auf den Berg. Und hübsch. Müssen wir gleich noch mal gucken, ob man da ein passendes Gebäude da zu finden. Dann wird hier ordentlich Wald aufgeforstet, solange das noch geht. So, zack zack. Der Berg geht ja hier auch noch weiter runter. Kann man hier nochmal ein bisschen Fichtenwald hinmachen. Und hier ist also Mischwald. An der Stelle. Aber ich bleib glaube ich bei meinen Fichtenwald hier. Ja, und da bauen wir hier ein bisschen Wald hin. Ich glaube die Musik ist etwas zu leise. Zack zack. Zack zack. So, müssen wir mal kurz ein bisschen bewegen hier. Zack zack. Und leider jetzt mit der Auffustung. Zack zack. So, müssen wir mal kurz ein bisschen bewegen hier. Zack zack. Das ist ein sehr unangenehmes Geräusch für euch gerade. Zack zack. Aber ich kann es leider nicht ändern. Wir machen hier die rote Piste. Und wenn irgendwann mal irgendwann ein Wintermutt dafür zu stellen bekommt. Also dieses Spiel bekommt. Das wäre übelst nice. Aber ihr könnt gleich mal gucken, was wir hier so für Gebäude haben. Vielleicht gibt es da sowas schönes für hier oben. Eine Skihütte oder irgendwas. So Gebäude. Was gibt es hier? Steine. Bank. Alles. Lampen. Aber keine Gebäude. Hier gibt es Lampen. Kann ich die einfach so hinstellen. Äh Klamen. Anzoomen. Die könnte ich jetzt einfach so hinstellen. Passt mal auf. Zack. Und es würde gehen. Schwebt die? Oder ist die wirklich auf dem Boden? Die würde so ein bisschen schweben. Aber für mich stellt sich das Problem. Was soll die eigentlich hier draußen ne? Diverses. Naja. Was soll das hier? In dem Sinne ne? Was soll das in dem Sinne hier? Hm. Gibt es ja nur die Bäume und alles mögliche. Da gibt es ja noch die Laterne hier. Den Zaun. Und die Bank. Die Bank macht natürlich hier Sinn hier oben ne? Das könnte man hier so auslegen. Also so ein kleines Erholungsgebietes. Das sieht nicht so schön aus. Aber hat die Bank jetzt was gekostet? Ne. Aber das Abreißen kostet eben. Das Abreißen kostet. Wenn man jetzt hier eine Bank hinstellt. Hier oben. Die dahinter guckt. Kann man schön in die Stadt gucken. Zack. Oder eine Latane daneben. Und das ist ein großer Stein jetzt. Kann man die drehen? Kann man sie grad drehen? Krass. Schau ja gut aus. Hier können die Kinder wischen drauf rumtoben. Ne. So ein paar Bäume noch hin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt wieder hier hoch. Ach ist das schön. So eine kleine Lichtung hier. Und hier kommen richtig viele Bäume noch hin. Zack, zack, zack. Das man hier. Gar nicht sieht, dass hier oben eigentlich was ist. Eigentlich. Hier geht's dann richtig tief runter. Zack, zack, zack. Das ist der Berg der Berge. Dieses Geräusch geht mit schon auf den Sack. Das ist ja irgendwann mal die Baumgrenze hier. Ich glaub die mach ich so hier hin. Die Baumgrenze. Zack, zack. Ich kann auch mal eine kleine Lichtung hier rein machen. Die stehen jetzt schon ziemlich licht hier die Bäume. Wir können auch mal von oben gucken. Aber die ganze Situation noch ein bisschen besser. So, hierzu eine kleine Lichtung rein bauen. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Und dann können wir ja hier sagen. Zack, zack. Das ist zwar hier ein Wald, aber ein dicht bewachsener Wald. Und hier steht auch immer mal noch ein Baum. Zack. Also von der Seite an schauen sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Super sieht das aus. Von hier unten. Bis ans Wasser ran. Das ist ja Wald. Wald, 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 Wald. Das ist ja nur eben gucken wann der Wald aufhört. Hier so ungefähr. Zack, zack. Das ist unser kleiner Wald hier. Wir können auch gleich mal eine Straße hochbauen. Das machen wir vielleicht als erstes. Landstraße. Oder? Gibt es doch nicht wirklich eine Landstraße. Die kleine Landstraße. Passt da eigentlich am perfektesten. Obola. So. Wir müssen mal kurz raus scrollen. Haben wir denn hier eine Brücke? Hier speziell haben wir noch keine Brücke. Weil da bauen wir noch mal eine. Die von hier. Das ist ne kleine Straße. Warum erst mal ne kleine Straße. sehen. Die geht jetzt nach oben. Zack. Und das wird so eine mittelzümliche. Und zwar so eine. Zack. Runter. Runter. Dann muss ich das so bauen. Und jetzt geht es wieder nach unten. Das sieht noch nicht so hübsch aus. Ja, das ist schon er. So. Und so. Hier kann man auch noch durchfahren. Dann später mal. Und hier kann man auch noch runterfahren. So. Zack. Da hat man dafür einen kleinen Huckel drin. Der gefällt mir nicht. So. Jetzt ist er wieder ganz. So. Habe ich hier mal eine Brücke gebaut. Super. Da können wir jetzt mal die Landstraße hinten dran hängen. Mal sehen, wo ich die jetzt hier lang führe. quer durch den Wald wäre eigentlich am perfektesten. So. 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 Hm. Das schaut schon nicht schlecht aus. Dann hier so hoch. Dann da so hoch. Dann hier so am Hang entlang. Jetzt wird es schon langsam. Langsam knifflig. Aber da haben wir doch mal schon mal die Servantine hier hoch zu. Oder die Waldfee. Oder die Waldfee. Oder die Waldfee. wieder. Hier schließen wir dann mal an in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.